Was geht Leute? Wir sind wieder zurück zu einer weiteren Folge. Let's... Let's play... äh, Wolfenstein und... Ah, gut. Nehmen wir mal die Bomben Schuss. Ah, ich wollte... äh, ich bin gar nicht gestartet, wollte gerade durchgehen. Oh, okay, ja. Ciao. Ach komm, die seh ich doch. Hockt der da am MG, Alter. Olle Camper-Sau. Nope, nicht mit mir, Jungs. Ah, war's das schon? Lappen... äh, ganz kurz. Ach, nein. Lass ich nur kommen, ja. Ähm... Oh, ist schon Max. Ah, gut, okay. Oh, brezeln! Oh, hab ich jetzt so Bock drauf. Oh, hier. Schock aber. Oh, da kann ich durch. Ich da überhaupt durch, muss ich da überhaupt durch? Höhö... Anst. Oh, ciao. Oh, jetzt kommen wir zu Region Laumau. Alter, wo läuft der denn her? Oh, jetzt kommen wir zu Region Laumau. Oh, jetzt kommen wir zu Region Laumau. Was ist das? Okay. Wow. 25 Minuten. Profi, hey. 50er Rüstung. Ah, komm, was soll der Geiz? Okay. 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 Also, die haben vor uns geschossen. Ja. Warum hat der General oder die Generäle hier in den Bereich nicht bekommen. Und uuuuuhh Ich muss mal sammelbares Gold, sehr schön Ja, das ist so, so, weiß ich nicht, so sinnlos Oh, spielspeichert Das heißt nie was gut ist Das ist noch voll der Bossfight mäßig hier Ich weiß, mein Feuer bricht, egal, kein Bock drauf Das sind Dick-Midi-Schocks, Alter Also hier gibt's so viel Zeug Ja Warte, nehme ich jetzt schon mal mit Oh yeah Ach, gute Shampoos haben die auch Sehr schön Spreng-Munition Ja, Wesley, ich komm gleich Lass dir Zeit Voll assi eigentlich Wurde voll gefoltert und so Ja, ich guck gleich Können wir mich gleich umdrehen Erstmal lupen Die 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 Spannend. Alles klar. Kann ich empfehlen. Na los. Erzähl. Ja moin. Wesley. Ruh und so. Greta. Alter. Alter. Genau. Und was ist in unserem Körper? Ganz genau. Wasser. Wenn ich diesen Knopf drücke, dann wird über dieses Wasser Strom durch deinen Körper geleitet. Und du wirst die entsetzlichsten Schmerzen erleiden, die du je erlebt hast. Wenn du dir das ersparen willst, was ich absolut verstehen könnte, beantworte einfach nur meine Frage. Also, wer ist deine Kontaktperson im Dorf? Nico. Wer ist das, Nico? Nicolaus. Schön. BJ Haraya. Diese Mädchen werden dich nicht hätten. Reden schon. Warum bist du so stur? Deine Leute sterben da draußen. Auf den Stränden in Feldern. Das ist jämmerlich. Wie Insekten ohne Flügel. Ihr habt den Krieg verloren. Wenn ich entkomme, grill ich dich auf diesem Stuhl, bis du stirbst. Bis wir zählen und ausatmen. Bis wir zählen und ausatmen. Ein letztes Mal noch, dann bist du dran. Wer ist dein Kontakt? Kann doch gerade nichts machen, oder? Ja? Wenn ich mit dir fertig bin, dann töte ich deinen Köter. Oha. BJ hat Eier. Das müssen wir an ihn lassen. Schneider. Oh. W- Was? Mann- Mann, Mann. Mann! Mann. ich habe keine waffen und cool ich habe keine waffen Er ist doch drüben! 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 Ich wechsle meine Position! Ja genau! Hey! Ich glaube hier ist eine stark gepanzerte Einheit! Ja ja! Ich hab noch keine Schaukammer belastet, ich brauch eine Schaukammer, nur den macht Kontrolle Er ist hier drüben! Wahrscheinlich, ist halt auch Eier von dem. Oh, 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 oh. Ah! Er ist doch... Du lebst ja einfach noch! Ach, da ist der, okay. Wie können wir jetzt... Ah! Woa! Ah! 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 Ah, Alter... Wir sind fast verreckt! Und wo ist meine fucking Pistole? Ich will meine Pistole back haben. Scheiß Greta. Ach, so großartig hat meine Waffen hierhin gebracht. Ja, gut. Es fällt aber noch die Akimbo-Pistole. Egal. Was haben wir da denn? So. Oh. Da ist ja immer geflüchtet. Wie kommen wir ihn jetzt daher? Ich glaub gar nicht, ne? Oder? Der ist ja hier rein. Oh. Oh, ich sehe schon. Oh. 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 Oh, ein geheimer Bereich. Wow. Diese Berge kommen. So geht's ja auch nicht. Oh. Ne. Ach. Sag das doch gleich. Ach. Sag das doch gleich. Oh. Steig in die Seilbahn zum Dorf. Triff dich mit Kessler im Gasthaus. Schaffst du das, Billy Ball? Ach. Wir sind ja immer noch nackt. Na toll. Sieben Jahre Pech. Kapitel 4. Flucht. Oh Gott. Was ist das? Was ist das? um und 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 Not. Okay. Okay. Achso. Wie mit der Seilbahn. Ja, okay. Kriegen wir schon ganz hin. Okay. 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 Nein. Will ich nicht. Hä? Warum ist der von hier gekommen? Ich bin doch selber gerade hergekommen. Lull. Gut. 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 Jetzt gern trotzdem die Alarmen. Die Alarmspaß, ich sag mal Alarm. Ja, wo sind die denn? Sind die auf einer anderen Map-Kam-Tier jetzt? Danke. Ciao, Herr General. Danke. Feige Sau. Hock da hier wieder am Anfang, Alter. Oh. 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 Technologie im Haushalt. Ah ja. Bäh. So langsame. Ich muss fix ein bisschen aufmunitionieren. Gut. Ah ja, da ist er ungenau. Ja, die 50er. Oh, denk mich, brauche ich eh nicht mehr. So. Gehen wir da rein. Moin. Ja, moin. Wir kriegen damage davon. Alles klar. Muss bezigern. Sammelbares Gold, ja. Steak. Brust! Blech! Stabil! Beklar. Blech! Stabil! Die war leer. Ups. Entschuldigung. Mein Fehler. Stimmt doch jetzt. Alter. Ups. Ja, gut. Da sind wir gerade mal abgekackt. Gut. Nice. Pro-Gamer-EU-West, Junge. Dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst ein Like, teilt das Video, schaut in die Videobeschreibung, folgt mir auf Instagram, Twitter, Reddit und Co. Und macht's nicht gut, macht's besser. Ciao mit V.